ja hallo meine lieben und willkommen zu einem neuen video und zwar zu einem neuen themendeck video ja wir sind auch schon bei der achten folge und heute geht es um themendeck abc xy vwz ja die karten die kaiwa und jess gespielt haben und ich habe mir gedacht ich kombiniere es ganz einfach mal hier weil mir sagt es haben beide gespielt und eine karte will auch dass wir das ganze kombinieren und da ist auch eine neue karte reingekommen die auch zu einem anderen themendeck eigentlich gehört aber die werden wir hier auch mit rein nehmen und falls weiterhin neue karten dazu rauskommen sollten ab die links ab in die kommentare und dann wissen wir dann auch bescheid und jetzt wollen wir loslegen und zwar mit assault core oder auch anders gern nämlich ein schufe 4 lichtmonster vom typ maschine union artikel 1 9 und 200 def und der effekt ist einmal gespielt so kannst du ein lichtmonster von typ maschine wählen von typ maschine wählen dass du kontrolliert rüste das gewählte ziel mit dieser karte aus oder diese karte oder dieser karte ausklinken und als speziale schwörung beschwören kann man natürlich auch machen ein monster das speziale karte ausgerüstet ist bleibt von den monster effekten deines gegners unberührt außer von seinen eigenen zusätzlich falls das größte das ausgerüstete monster durch kampf zerstört der kampf oder ein karten effekt zerstört wurde das stört dessen diese karte heißt die karte vom spiel auf dem friedhof gelegt wird du kannst er hat ein anderes union monster von deinem friedhof hinzufügen also wir kriegen was vom friedhof gern zurück das monster bleibt unberührt und eigentlich egal wie es vom spielfeld aufgelegt wird kriegen wir den effekt jedenfalls ziemlich gut ja war auch mal auf 1 wegen fireball drache müsste man hier mal kurz erwähnen dann wollen wir auch schon zum b bastard rake oder zum b bastard rachling und das ist ein weiteres stufe vier lichtmaschine monster auch union mit 1 5 adk und mit 1 8 dev und der effekt ist einfach spiel zu ganz ein lichtmonster oder von ja oder von typ maschine wählen du kannst es wieder mit der karte ausrüsten oder auch wieder ausklinken und diesmal bleibt die karte mit der ausgerüstet ist von zauber effekten unberührt von denen des gegners also fast das gleiche wie bei an nur eben zauber karten dann heißt die karte vom friedhof gelegt wird du kannst seine hand ein union und ein union monster von deinem deck hinzufügen wir haben in diesem themen der karte nur union monster also wir können uns so gut alles hinzufügen und eigentlich ist abc ja nur deck mit drei karten also mit drei hauptmonstern wegen wegen abc das heißt wir können uns alles suchen was wir haben wollen gehen wir weiter zur nächsten karte nämlich zu c und c sagt eigentlich genau das gleiche wie die anderen auch es ist wieder ein lichtmonster mit stufe vier maschine union mit atk12 und def 2000 und diesmal bleibt das monster ausgerüstet haben von den feilen karten also von den feilen effekten deines gegners unberührt und wenn die auf mit auf gelegt wird dann können wir einen union monster als speziale verfolgen von unserer hand beschwören cool so ja es waren drei abc karten kommen wir mal zu den älteren varianten und hier fangen wir mit dem y drachen kopf an der auch licht stufe vier maschine union ist wow ich glaube das werden wir heute noch oft hören weil die haben alle dieses ja stufe vier licht fetisch wie auch immer gemeinsamkeiten ja und zwar hatte 1,5 atk und 1,6 def und einfach dazu kannst du eine x kopfkanone wählen du kontrollierst rüste das gewählte ziel mit dieser karte aus oder klinke sie aus und beschwöre sie spezial also wir landen dann auch nur was man hier ein beschliffsmonster ausrüsten muss ein monster das mit dieser karte ausgerüstet ist er hat vier atk und def nützlich falls das ausgerüstete monster durch kampf oder ein kartenffekt erschüttert wurde zerstöre diese karte ja also nicht wirklich was besonderes außer ein bisschen mehr atk dann haben wir hier den z metallpanzer auch wieder lichtstufe vier maschine union mit 1,5 und 1,3 und sein effekt ist dass man einmal pro spielzug eine x kopfkanone oder ein y drachen kopf wählen kann die man kontrolliert dann kann man damit dem ausrüsten und ähm ein monster was damit ausgerüstet ist er hat 600 atk und def ok ähm gut dann kommen wir jetzt zu den beiden normalen monstern und zwar zum v tiger jet äh zudem gibt es nicht viel zu sagen weil keinen effekt und 1,6,1,8 x kopfkanone ja kein effekt 1,8,1,5 und dann haben wir noch den das w flüge katapult von dem ich mir jetzt gerade mein den effekt nicht übersetzt hatte aber den kann ich jetzt auch hier so übersetzen weil er hat den gleichen effekt wie alle anderen auch er rüstet einmal den v tiger jet aus und kann auch wieder spezial geworden werden wenn man ihn nicht ausklingt wenn man ihn zum beispiel ausklingt ähm ja und das monster mit dem ausgerüstet ist bekommt 4 atk und def ok ähm gut dann kommen wir jetzt zu den zauber und fallen karten und hier haben wir den union hangar und das ist eine spielfährt zauber karte und zwar wenn diese karte aktiviert wird du kannst deine hand ein lichtunion monster von typ maschine deinem deck hinzufügen einmal früh spiel zurückhaltet ein oder mehr lichtunion monster von typ maschine als normal oder speziale schworgen auf deine spielfährt seite beschworen werden außer in der stemme steps du kannst eins der monster wählen grüste das monster grüste das monster mit einer geeigneten lichtunion monster von typ maschine mit einem unterschiedlichen namen von einem deck aus aber das union monster mit dem du es ausgerüstet hast kann in diesem spielzug nicht als speziale schworgen werden und man kann nur einmal früh spiel zurück aktivieren ähm richtig cool wir können halt was searchen und wir können auch ähm den ähm die verschiedenen monster miteinander verbinden sag ich jetzt einfach mal aber wir können das ausgerüstete union monster dann dann halt nicht mehr spezial beschwören aber es ist trotzdem cool weil man sie so recht schnell in den flieg auf kriegt aber das sollten ja eigentlich alle abc spieler wissen ähm dann kommen wir zu der karte union alarm start und das ist eine fallen karte ähm das ist die hier ähm wähle bis zu drei deiner verbanden licht monster von typ maschine und oder lichtunion monster von typ maschine auf jeden fall ist das schon mal eine ziemlich coole karte weil es erlaubt uns halt die normalen ähm lichtunion monster von typ maschine spielen möchte hier zurück zu holen und ähm ja wir können uns hier auch wieder zurück auf die hand hinzufügen also das ist so ein kleiner normaler union support ähm für das themendeck was ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht finde weil wenn man jetzt ein altes format spielen möchte wobei das deck eher gegen ältere deck spielen möchte ist das schon ganz cool im der meta hat die karte aber nix zu suchen ähm und dann kommen wir mal zur nächsten karte und zwar wäre das hier die formation union ähm die habe ich einfach nur reingepackt um halt auch wieder ähm mehr auf union einzugehen weil wir haben jetzt hier heute nur union karten und diese sagt select and activate one of the following effects ähm equip one union monster of the following effects ähm your side of the field to operate monster on your side of the field to operate monster on your side of the field in equips track card ähm also du kannst einfach so ein union monster mit einem ähm ein monster mit einem union monster ausrüsten das muss halt auf dem fischwert sein ähm und der andere effekt ist dass man das ganze ähm umgekehrt machen kann nämlich dass man die die karte ausklinken kann und speziell beschwören kann das ist in kombination mit dem hangar ganz gut weil ähm du spielst zum beispiel in a rüstet das b aus drehst dann die karte um und beschwörst dann zum beispiel den b aufs feld ähm so hat man in zwei monster der main monster so eine kann vielleicht ein link play oder ähnliches machen aber so funktionieren eben union monster es ist schön dass es so ein support gibt aber ja sie ist halt nur erwähntwert und eigentlich auch sehr schlecht ähm und vom bild her passt sie halt auch so ein bisschen zu dem ähm union monstern hier so kommen wir aber zum wichtigen teil und zwar kommen wir hier zu den fusions monstern da haben wir sogar sehr sehr viele ähm sieben stück an der zahl und kommen wir hier zum a2z dragonbuster cannon ja das ganze ist ein stufe 10 fusionsmonster mit 4000 4000 und ähm es braucht den abc dragonbuster und den ähm xyz kanonendrachen ähm das wäre dann der ne doch das wäre der da ja ne doch der da so und ähm kommen wir zum effekt muss als spezialauschwörung von dem extra deck beschworen werden indem du karten mit den oben aufgeführten grundnahmen verbunden die du kontrollierst und kann nicht auf andere art als spezialauschwörung beschworen werden mein gott äh formation wirst du dafür nicht brauchen während des spielzugs eines beliebigen spielers wenn dein gegner eine zur auf allen karte oder einen monstereffekt aktiviert du kannst eine karte abwerfen annulliere die aktivierung und wenn du dies tust zerstöre die karte während des spielzugs eines beliebigen spielers du kannst diese karte verbunden und und dann je einen deiner verwandten abc drachenbuster und xyz kanonendrachen wählen beschwöre sie als spezialauschwörung ziemlich coole karte nur schwer rauszukriegen ähm es ist sehr schön dass man von so nicht braucht das ist bei vielen monster ich glaube sogar bei allen so hier der fall ähm des weiteren können wir hier ähm zwei schnelle effekte benutzen und zwar wir können egal was vom gegner once per turn annullieren oder warte mal ist das once per turn ähm ich muss das mal kurz durchlesen ähm nein der effekt ist nicht once per turn ich muss den nochmal kurz durchlesen ähm 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 wir können mehrere effekte und karten des gegners annullieren wenn wir genug handkarten haben okay sehr cooler effekt nur schwer rauszukriegen der andere effekt ist wir kriegen den ähm äh xyz kanonendrachen wir zurück aus feld und den abc drachenbuster die dann auch wieder beide effekte haben ähm sehr solide sehr gutes monster gefällt mir sehr so dann wollen wir jetzt zu der nächsten karte kommen und zwar zum abc drachenbuster und zwar den beschwert man indem man ähm a b und c vom feld weg legt und ähm ähm dann beschwert man ihn ähm die werden dann allerdings verbannt und ähm man kann die man kann die teile wieder zurückrufen wenn man ihn dafür opfert ähm und kriegt dann wieder teile zurück aufs feld man kann eine karte abwerfen von der hand um eine karte vom feld verbannen und das mit dem die teile zurückholen weil der andere schnelleffekt soll ich jetzt kurz mal ein bisschen schneller machen hier ähm so dann kommen wir hier jetzt zu der ist das die jetzt dran kommt ne xyz kanonendrache habe ich jetzt aufgeschrieben der kommt jetzt dran so und zwar das ist eine stufe 8 lichtmonster maschine ähm mit 2.8 und 2.6 ähm der hier übrigens 3.000 2.8 und auch stufe 8 maschine wenn wir das auch mal geklärt hätten ähm muss als spezialauschwörung von deinem exerik beschworen werden indem man die oben genannten karten auf dem verband ähm kann nicht als spezialauschwörung von dem friedrich beschworen werden du kannst eine karte abwerfen und dann eine karte wen die angegner kontrolliert zerstöre das gewählt erzielt wäre das jetzt so ein schnelleffekt wäre der mit dem drachenbaster auf dem Feld richtig geil aber ok also wegen dem hier so ähm dann kommen wir zum xyz kanonendrachen und der ist ein lichtmaschinen nummer zu der stufe 6 ähm mit 2.2 und 1.9 muss auch erst vom exerik als bezahrschworen werden ohne fusion ähm also ohne poly kann kann nicht als bezahrschworen werden ok du kannst eine karte abwerfen und dann eine offene zauberer fallen karte wählen die dein gegner kontrolliert zerstöre das gewählt erzielt ist auch nicht so schlecht es gibt immer so ein paar floodgates die nerven von daher warum nicht die mal crushen ähm dann haben wir noch den xz kanonenpanzer ähm das ist der hier und der hat genau das gleiche er muss ja auch vom exerik ohne fusion beschworen werden indem man die karten weg legt und ähm poly braucht man auch nicht er kann auch nicht vom friedrich beschworen werden du kannst eine karte abwerfen und dann eine verdeckte zauber fallen karte wenig kontrolliert also kann man auch was zerstören haben hier sehr sehr viele abrufe effekte drin vielleicht könnte man damit irgendwas anstellen wenn man das jetzt mal spielen möchte mhm ja auf jeden fall ziemlich ziemlich cool auf jeden fall ähm und wir haben auch die möglichkeit sehr viel zeug zu zerstören ähm kommen wir jetzt hier zur vorletzten karte wobei habe ich die überhaupt die hatten wir schon ja die hatten wir schon ähm kommen wir jetzt zum VWXYZ Drachenkatapultkanone ein Lichtmonster der Stufe 10 mit 3000 ADK und 28 DEV ähm ja auch indem man die karten weg legt ohne fusion einmal für spielzeug du kannst eine karte wählen die der gegner kontrolliert verwandelt das gewährte ziel wenn diese karte einen angriff auf ein monster deklariert du kannst das angriffsziel wählen ändert die kampfposition ähm des angriffsziels und flip effekte werden dabei nicht aktiviert das war damals für flipzeit richtig cool ähm goldformat und so weiter also ihr wisst ja GX kurz nach goldformat ungefähr kam das und kommen wir jetzt zur letzten neuesten karte die wir hier jetzt haben ich weiß ja nicht wo die im OCK jetzt raus gekommen ist aber wir haben hier den Armored Dragon Catapult Cannon ähm mit Stufe 10, 3, 5 und 3000 ähm wir brauchen ein VWXYZ Drachenkatapultkanone plus Armored Dragon Level 7 also den bewaffneten Drachen Level 7 ähm so muss must first be special summoned from your extra deck during a duel use special summon bot to above cards by banishing the above cards from the 4th und oder deinem Friedhof also du kannst die vom Feld oder Friedhof ähm verbannen um den zu spezial um den zu specieln ähm ohne fusion und dein Gegner kann keine effekte also keine karten oder effekte ähm rift the same name as any banished card ähm also der Gegner kann keine karten oder effekte aktivieren ähm rift the same name as banished card ähm ähm mit den gleichen Namen die die verband wurden ich setz euch die genaue Beschreibung hier nochmal dann hier ähm ins Bild dann ich über setz das gerade frei von Haus aus jetzt ähm once per turn during your opens turn quick effect you can banish one card from your extra deck äh also from your deck or extra deck face up banish all cards your open controls and in their grave äh du verbandst eine karte vom deck oder vom extra deck und kannst dann alle karten vom friedhof und vom ähm ähm vom friedhof verbannen ja alle karten vom friedhof ganz der verband ja ziemlich stark ich weiß noch nicht was ich von dem halten soll der ist ziemlich schwer zu beschwören wir werden mal gucken was wir mit dem noch alles so machen können und was da noch so alles passiert aber ich würde auch sagen für die heutige Folge war es das und ich würde sagen wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder hier habe ich noch zwei Videos für euch und den Abo-Button die Playlist nicht vergessen wir sehen uns haut rein euer lafi ciao ciao ciao